Was das hier werden soll, wurde ich gefragt. Ganz klar und deutlich ein Online-Tagebuch. Über dieses Online-Tagebuch werde ich herausfinden, wer ich bin. Warum jetzt online? Ganz einfach, ich konnte oder durfte je nach Situation nie reden. Am schlimmsten sind diese Redeverbote, bei denen es ausschließlich darum geht, anderen eine Scham oder Gedanken zu erspare, die sie nicht haben wollen. Das ist mal das eine. Ich habe auf Anraten von Therapeuten begonnen, Tagebuch zu schreiben. Das hat nicht ganz so funktioniert, ich weiß nicht warum, aber ich denke, wenn ich das online mache, zwinge ich mich selbst dazu, einmal am Tag etwas zu tun. Will ich Menschen an den Pranger stellen? Nein, will ich nicht. Ich will meine Seele reparieren, anderen Mut machen auf dem Weg in die geistige Freiheit. Deshalb habe ich beschlossen, alles, aber auch wirklich alles, was mir durch den Kopf geht, zu dokumentieren, und zwar so, dass ich nie wieder etwas, was mich triggert, ein zweites Mal erzählen muss. Ich probiere aus, ob mir das hilft, und wenn es nicht hilft, habe ich es versucht. Ich werde mich bemühen, nur meine persönliche Meinung darzulegen. Am Ende wäre noch zu sagen, was mache ich heute. Ich trinke Kaffee und werde mir tatsächlich wieder das ein oder andere Lehrvideo der künstlichen Intelligenz meiner Wahl anschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Mittwoch. Was haltet ihr eigentlich von der Idee eines Online-Tagebuches? Schreibt es mir in die Kommentare, auch wenn ihr die Idee für zu gewagt haltet. Ich halte mich da immer noch an einen Spruch von Einstein. Ich habe jahrelang das Gleiche gemacht. Es wird Zeit für eine Veränderung, und zwar eine Grundlegende.